Du hast schon harte Probleme. Aua! Ey! Balloonboy! Wie schön der nach hinten geplatzt ist. Aber wir müssen, pass mal auf, das ist alles zum Glück noch work in progress, also nix funktioniert. Ey, 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 sei vorsichtig. Und ich glaube wir müssen in einem Main-Game. Ich glaube wir müssen auch in einem Main-Game. Geh vorwärts, geh vorwärts. Ah, er ist weg! Haha, er ist tot! Oh Gott, oh Gott! Oh mein Gott! Diese Bilder! Die sind so schlimm, diese Bilder! Ich muss sie abnehmen, Hilfe! Ich kann sie nicht sehen. Hey, lass die Lampe da! Ja, was geht alles! Du sollst sie auch nicht... What the fuck, Mann! Wow! Huch! Was ist das denn? Was ist das? Was macht denn der hier? Nice! Das ist zwar gar nicht Teil der Map, aber cool! Hm, ich hab irgendwie voll Angst. Aber der ist noch nicht da. Hm, geh ich jetzt links oder rechts? Wieso ist die Tür hier auf? Die muss zu sein. Hä? Hallo? Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Hallo? Hallo? Oh Gott, ich bin so schreckhaft. Ich muss erstmal alle Bilder hier runterwerfen. Warte, ja stimmt. Ich kann die eigentlich als Verteidigung nehmen. Nimm das! Du müsstest jetzt weggehen, ich erschrecke dich gerade! Genau. So, boah, boah, puh, ich hab Angst. Okay. Hier ist keiner. Wo, 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 Alter! Wie du da rankommst! Du bist voll gruselig. Ich hab so Angst vor dir. Uh. Wow. Jetzt bist du auf einmal weg. What the fuck, was piept hier? Es ist um 6, ich hab's geschafft! Du dürftest nicht mehr da sein, ey du bist weg, du bist tot! Wo bist du? What the fuck? Oh Gott, Freddy hat sich umgebracht! Warum? Boah, ich hab die erste Nacht übernimmt, Leute, Alter, boah! Oh nice, man, nice, nice! Nächste Nacht, nächste Nacht! Okay, Nacht 2! Okay, erstmal hier gucken, keiner da! Am Bett, alles klar, okay! Okay, hier ist keiner! Oh mein Gott! Das sind die typischen Chica-Geräusche! Ich seh's schon, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Wieso ist hier Blut eigentlich im Saal? Chica hat keine Taschenlampe, glaube ich! Ja, aber ich hab Angst, ja! Äh... Eigentlich ist es ja so, dass wenn man die Türe öffnet, sich die Viecher verpissen! Hilfe, Jumpscare, ich bin tot! Na, schade, Nacht 2 vorbei! Tja ja! Tja ja! Warte, 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 warte! Warte, warte! Stirp! What the fuck? Oh, ich hab ne Waffe! Ich hab ne Idee! Oh, lecker! Nam 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 Ich bin nicht böse, ich bin nicht böse, ich bin nicht böse! Hilfe! Hilfe! Ein Bild! Nehmen Sie das und gehen Sie. War ja nicht so erfolgreich irgendwie. Ich habe zwei Nächte, du eine. Ja und? Dafür habe ich mal Spaß gehabt. Ja ja ja. Okay jetzt müssen wir zur Fun with Plush Trap. Work in progress. Oh. Okay, wer spielt von uns die Plush Trap? Soll ich die machen? Was macht der da? Ich sehe vor allem deine Augen. Was machst du da? Jetzt hupst du immer näher. Jetzt bist du schwarz. Jetzt bist du im Dunkeln. Oh, wie gruselig. Wo bin ich denn wo? Ich habe dich getötet. Ich war ganz nah dran. Aber ich komme doch gar nicht weiter. Das ist voll unfair. Ich kann gar nicht zu dir kommen und dich töten. Doch. Fick dich. Okay, ja los komm. Jetzt bist du mal. Wo musst du eigentlich hin? Sehe ich gar nicht. Da musst du hin. Okay. Ich habe dich drauf gehabt. Oh Mann. Was soll das? Wow. Das kann ich dafür, dass die Map so richtig scheiße umgesetzt ist. Wow. Man muss improvisieren. Das ist reines Improvisieren. Wo bist du jetzt hier? Wo bist du denn jetzt? Ist schon so ein LSD Trip hier. Komm mal Map. Komm mal Haupteingang. Haupteingang. Hey Haupteingang. Haupteingang. Komm mal. Ich komme aus Haupteingang. Hey. Wo hänge ich denn? Wow. Okay. Ja das war ja super erfolgreich. Ach halt die Fresse. Wir gehen jetzt zu Asphalt. Und jetzt zu den Minigames. Wow. Jawoll. Auf zu den Minigames. Wow. Hey. Woo. Minigames. Wow. Oh. Ah. Das ist das. Das ist das. Das Spiel was vorher war. Dieses 8. Ne. 2 Bit Pixel Spiel. Hey. Lass den Freddy in Ruhe. Lass den Freddy in Ruhe. Wow. Das ist der Ausgang. Das ist der Ausgang. Wo ist der Ausgang? Da ist der Ausgang. Tschüss. Was? Wo bist du jetzt? Okay. Wir müssen jetzt hier raus. Weg mal. Wow. Sag mal. Bist du scheiße? Komm Platz. Ey. Schießt du mich hier an? Gibt es ja gar nicht. Oh. Oh mein Gott. Was für eine riesen Bude. Das hier ist alles. Hey. That was Freddy. Wee. Wee. Nein. Puh. Aber irgendwie. Okay. Ist der größer hier? Was ist der? Oh mein Gott. Das ist jetzt meiner. Oh mein Gott. Wo ist der denn? Oh. Ich krieg den nicht mehr. Wo ist der? Da ist er. Das ist meiner. Meiner. Komm her Freddy. Nein. Das ist meiner. WTF. Okay. Ja dann lässt du den halt da. Was geht mit dem? Ah der findet den anderen cool. Ich habe keine Ahnung was da geht. Was macht er denn? Komm her zurück jetzt. Hey. Ja lass den doch. Lass den doch. Oh jetzt Foxy. Foxy muss erschre... Oh. Oh Gott. 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 Mann Alter. Nimm dieses Vieh weg. Boah du bist so nervig ey. Oh ne Scheiß. Hier war Foxy gerade. Foxy war hier. Ja okay. Was? Hier war Foxy. Foxy ist dahinter. Hinterm Fernseher ist Foxy. Ich glaube da ne ich. Doch der ist da. Die ist da. Es ist da. Oh guck mal. Das ist die Tür uns nicht. Hä? Wie bei Spongebob die Tür uns nicht. What the hell. Boah. Alter. Oh tschüss. Du kommst da nie wieder rein. Ne man. Das war's denn. Das ist echt wie bei. Jetzt bin ich allein. 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 Alter ich sterb hier nie. Ich sterb. Hier ist Foxy. Da rette mich. Oh Gott. Ich kann nichts machen. Ich sterb nicht. Was passiert hier? Ich weiß nicht was ich. Ich kann mich nicht töten oder? Was wacke ich dir? Nein. Ich kann mich nicht töten. So. Irgendwo schief. Was ist ne optischer Täuschung? 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 Ey lass doch jetzt mal den scheiß Freddy in der Ecke. Hier ist Foxy. Da. Aha. 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 So. Den Schlammel. Lass Foxy da. Der Brake nimmt erstmal ne Runde hier. So. Effekt. Ja und jetzt? Woah. What the hell? Hast du diese Soundeffekte gehört? Sie sind weg! Der Hammer! Der Hammer! Der Hammer! Dein Schwert! Thankfully копie ein Ding Heute doh. Also Phillipops achet sich endlich auf. Road Mohol ... Toad masj Kurkjurkjurkjurkjurkjurkjurkjurkaten! Bis zum nächsten Mal.